Warum ist die Partnerschaft mit AWS so toll? Ich habe jetzt die Dagmar Sieger von Innovations und dabei. Dagmar, erzähl mir, warum ist die Partnerschaft mit AWS so toll? Also die Partnerschaft mit AWS ist super. Erstens sind alle total aufgeschlossen und hilfsbereit. Und dann natürlich die Programme, die AWS hat, gerade vor allen Dingen mit dem MAP-Programm, Hilfszeitbericht den Mittelstandskunden in die Cloud zu bringen und der hat es halt.